Das ist ja vielleicht eine Chance für mich, aber nur vielleicht. Und habe was Reifen angemalt und Boden eingezogen, Kunstlederboden und so. Oh. Na. Ich weiß nicht, beim letzten Mal hast du, glaube ich, gewonnen, oder? Nee, ich war erstaunt, wie stark du geworden bist. Ich glaube, beim vorletzten Mal und so, da habe ich gewonnen, aber die letzten Male hast du gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Loch in der Kelle. Boah, nicht dein Ernst jetzt. Ja, kann passieren, dass er mal draufkommt. Nein. Oh, das war mal ein böses, angedrehtes Ding. Sehr schön. Und so, siehst du, wie viele Zuschauer da gerade sind? Was willst du selber, oder? Ja, das ist nicht. Ah, der Waben. Scheiße. Hätte ich ja nicht geglaubt, dass das nochmal jemand interessiert, ne? Aber du hast ja letztens auch dieses WM-Endspiel da mal reingestellt von den beiden Chinesen, ne? Also das war ja echt der Hammer, du. Okay. Okay. Bist du bei Wurstfügel in der Lille gewesen? Nein. Nein, konnte. Schön. Ich zieh die immer zu hoch, irgendwie. Vielleicht ein bisschen zu stark. Nein. Schade. Oh. What? Das war das Verkannte gerade vom Schläger. Ja, das machen wir gerne. Ich mache es auf jeden Fall gerne. Ja, schön. Das ist ja jetzt erstmal nur Einlernphase, genau. Bisschen einspielen, ne? Okay, geht doch. Nein. Nochmal. Also die die Tiefen sind immerhin. Ich weiß nicht, warum. Ja. Juhu. Der war aber auch Kante, ne? Entweder zu hoch, tief, oder? Wir sind aber, der war jetzt richtig gut, ne? Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. Ah, missed. Ah, shit. Was? Dein eigener Schnitt, würde ich mal sagen, ne? Heiliger! Oh, der war schön! Knapp daneben ist auch vorbei! Oh, der dreht den noch weg! Shit! Ja! Echt? Oh! Jetzt werde ich nervös! Jetzt bin ich nicht mehr gewöhnt von so einer Menge vom Publikum zu spielen! Habe ich eigentlich noch nie gemacht, außer beim Fußball! Jep! Alter! Ja, okay! Okay! Ja! Wird wahrscheinlich ziemlich ehrlich spiel werden, schätze ich, ne? Aber, viel Glück! Auf geht's! Also! Viel Spaß! Ja! Ach komm schon! Oh! Oh! Ouh! Nein, zu offen! Wie war das mit Englisch-Spiel? Hört's mal ab, wenn du... Hier kriegst du, da fängt's schon an. Oh, die Assi-Angabe wieder. Hast du was von Assi gesagt? Das wird bestraft. Das Ding ist deins. Ich muss aber erstmal mindestens zwei gewinnen. Und das ist nicht so einfach. Guck mal, jetzt kommst du. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt jeden Punkt hole... Warte mal, war das jetzt drei Gewinnspiele? Oh, gerade eben hast du... War das jetzt zwei oder drei? Drei. Ich war weg eben. Ja, du warst weg. Drei, ne? Ja, dreimal muss ich. Dreimal muss ich. Ja, schade, wäre schön gewesen. Ich hoffe, dass ich jetzt noch ein Spiel gewinnen kann. Das wäre natürlich gut für mich. Ja, aber erstmal möchte ich jetzt das hier, wenn's geht. Nein. Warte. Nein. 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 Ah, schön. Glück gehabt und wir spielen vorsichtig, stelle ich fest. Oh, der hat sich doch weggedreht. Ja, soll der auch, aber auch der Platte dann weg, ne? Jo. Nein. Nein, what? Oh, Glück gehabt, du. Da war mein Tricky gerade hinterher. Ja, ist völlig unrealistisch. Ah! Ah, da wollte ich zu viel. Hätte ich gar nicht gebraucht. Ah, da hat er zweimal getroffen. Ah, da wurde ich zu viel. Ei, 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 ei. Im letzten Gefecht. Oder auch nicht. Ja, ich habe diese Saison noch nicht gewonnen. Nee. Nee. Ach, scheiße. Soweit ich mich erinnern kann. Ah. Jedes Mal. Oh, Mist. Oh, was ist das denn? Ah, schön. Nein. Die hätte ich gehabt. Oh, danke. Was ist hier? Das kotzt einen nur an. Da geht keiner rüber. Oh, Mann. Ich spiele auch echt scheiße. Aber ich bin auch nicht mutig genug. Oh, was solltet ihr? Ja, 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 war gut. Du hast... Nein. Oh, Glück gehabt. Stunner sieht es nicht. Oh, jetzt wird es noch spannend. Nein. 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 Oh, ja, 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 schön gemacht. Uh. Gut, gut. Nein. Oh, nee. Das ist ein paar lieber Ball. Scheiße, Angabe. Ich habe nicht vernünftig gespielt. Ganz klar. Oh, 2, 2, 1. Bereit? Oh, jetzt hast du es. Ah, der kam noch. Oh, der ist zu hauen. Ganz schön. Oh, danke. Wow. Ja, der ist richtig. Und weg. Ich habe ihn auch gar nicht getroffen. Ich habe ihn auch gar nicht getroffen. Oh, nein. Nein. Oh, gut. Nein. Ex-ex. Der hat schon mal rübergeguckt. Oh, den hättest du eigentlich verdient, aber du kamst mit Schwung an und dann ist er weg. Oh, den hättest du eigentlich verdient. Nein, nein, nicht schon wieder. Nein, okay, ein Glück knapp geworden, ganz knapp, aber wir spielen das Ding noch zu Ende. Okay. Okay. Ja, 11,8 ist der letzte Counter. Ja, aber das können wir ja noch nachlesen. Oh, jetzt kommen sie gut. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr gut. Ja, der war wunderschön. Ja, der war wunderschön. Mensch, was ist denn jetzt? Oh, wunderschön. Schlimmer geht es gerade nicht für den anderen. Ach du Scheiße, ich habe ein Headset, einen niedrigen Stand, wenn ich jetzt plötzlich weg bin. Habe ich das Ding tatsächlich aufgeladen, so ein Scheiß. Sehr schön, die kommen echt gut. Da bin ich aber froh, dass ich dich noch ein bisschen kalt erwischt habe. Das muss ich ja sagen. Ich hatte schon mit meinem Sohn zusammen eine halbe Stunde vorher gedaddelt. Ah, okay. Ja, ich bringe halt etwas vorher rein. Okay. Danke dir. Ciao. 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 Ciao.